Leute, ich bin mega gespannt, was mir Mihojo zum Geburtstag geschenkt hat. Ich hatte gestern Geburtstag und heute, kicken wir mal, was wir kriegen. Geburtstagsgrüße, Reisender, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Im Anhang dieser Nachricht findest du ein Geschenk, das wir für dich vorbereitet haben. Oha, ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir wünschen dir alles Gute, auf welchen Flecken Erde du dich auch befinden magst. Torte für den Reisenden, let's go. Was ist da drin, Leute, was ist da drin? Let's go, let's go, let's go. So, äh, hier. Wie, was? Was? Ein zerbrechliches Harz, das war mein Geburtstagsgeschenk. Ähm. Mihojo will mir erzählen, ihr Geburtstagsgeschenk an mich ist 50 Uhr gesteilt. Ey, Mihojo, ich werde es richtig krachen lassen. Vielen, vielen Dank für die 60 Harz und, ähm, ja, auf ein weiteres Jahr, ne? Ach, du Scheiße, Alter, wie seh ich aus? Warum hab ich das überhaupt gemacht? Wie, 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 wie